Der Araber ist nicht besser als der Nicht-Araber. Allah Azzawajal sagt, inna akramakum inda Allah atqakum. Die Besten, die Geehrtesten bei Allah sind die Gottesfürchtigen und nicht diejenigen, die vielleicht eine arabische Wurzel haben. Und so sollte ein jeder wissen von uns, diesen Islam, den wir heute im Herzen tragen, der könnte uns morgen genommen werden. Wie? Indem du die Blindheit folgst vor der Rechtleitung. Wenn Allah sieht, du möchtest diesen Islam nicht, dann wird er dich austauschen. Subhanahu wa ta'ala.